It's a me, Selencario und du genauer worauf ich richtig Bock hab heute, ganz genau, heute gibt's mal wieder richtig knallharte Rangkampf-Action. Wir hauen uns heute mal wieder, Furios, die Tinte um die Ohren. Ich würd sagen, ich such mal direkt einen Kampf und dann geht's sofort los, wenn ich den ersten Kampf gefunden hab, meine Freunde. Bis gleich. Der Kampf beginnt und gespielt wird heute Operation Goldfish auf Arowana Center oder Blauflassendepot. Oh, ja, ich hab grad die Aufnahme begonnen, dann, juhu, welche Maps kommen? Ist so, alles klar, Pinakolitik und noch eine andere Map im Standardkampf. Ist so, yes, baby, yes, Gott sei Dank nicht im Rangkampf. Guck da im Rangkampf, geil, Koffer für Schlager, Puncasio, Skatepark. Und dann gab's einen Mapwechsel. Direkt so im Anschluss, ist so, verdammt. Ja, das ist jetzt irgendwie doof, aber egal, hier ist auf, bin ich vollkommen zufrieden und was mach ich hier? Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen, komm, Rang A sitzt doch heute drin, oder? Drückt mir die Daumen. Boah, das fängt schon mal hier... Nein! Nein, 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 gut, einen haben wir, einen haben wir. Nein, der macht doch Schaden, ne? Ja, 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 komm, 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 hier, Attacke, Attacke. Nein, 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 verdammt, egal, den hab ich noch mitgenommen, den Japaner da. Gut, meine Kameraden führen, sehr schön hat das gemacht. Ich mach direkt einen Supersprung, darf ich nicht vergessen. Moment. Ihr wisst, der muss ja immer kurz vor dem Mikrofon immer mal weg, aber das soll jetzt hier den ganzen Kannabbruch tun. Und jetzt komm, hier, Attacke, Attacke, komm, zu mir, nein, 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 wieso zu dir? Gut, hol sie dir, hol sie dir, hol sie dir, hol sie dir. Gut, den hab ich, den hab ich, den hab ich. Nein, den hab ich auch, den hab ich auch. Komm, hol sie dir doch, spring drauf da, spring drauf. Jawoll! Waren die nur zu zweit oder so? Wo waren die denn alle? Egal, geil. Und einen dicken K.O.-Sieg, 500 Punkte schon mal, so. Und 13 Punkte, glaub ich, gibt er. Jetzt sind wir, glaub ich, bei 97 Punkte, oder? 84 plus 13, ja, komm, glaub ich, ungefähr hin. 4 zu 1, sieh, ich hab vier weggeholt, ist doch in Ordnung. Ich hab den Rücken freigehalten, quasi. Äh, 8 Punkte nur, ach du, Holy Hackfly, warum nur 8? Hä? Okay, noch ein Match müssen wir gewinnen, ein Match noch. Bitte, 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 lieber Splatoon-Gurt. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Kampf beginnt. Bis gleich. Der Kampf beginnt. Und los, jetzt, jetzt. Wir hatten es schon im letzten Rangkampfpart, da bin ich auch immer hin und her gewechselt, hin und her gewechselt. Oh, Aruwana-Center, gut, komm, wir können doch jetzt hier gleich wieder nahtlos an den Erfolg von gerade anschließen, oder? Es wäre wünschenswert. Drei Japaner sind mein Team, schon mal gut, gegen drei Japaner und ich. So, Spürbombe kommen und sieg. Du machst das. Du machst das, du machst das, du machst das. Okay, komm, 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 schön hier hoch jetzt. Ja, die war gut, die war gut. Sehr geil, sehr geil. Komm, hol den, ich hol den weg, ich hol den weg. Nein, ich hab ihn aber noch, den. P, Rio, H. Okay, er, oh nein, ein Dünerroller. Ach, der hat mich da unten erledigt? Ach so. Okay, Goldfish-Kanone verloren, sind alle down? Nee, ein Kamerad lebt da unten noch. Hier vorne rechts lässt er sich. Ja, sehr geil, sehr geil. Nein, 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 nein. Fuck. Komm, machst du das hier? Komm, wir fern uns hier eben ein. Gut, ich hol die. Sehr geil. Nein. Ah, hey, ich hab den noch, hab ich den nicht getroffen, den ich? Da haben wir wieder den OP-Dynerroller. Verdammt. Egal. Komm, super Sprung hier. Keine Möglichkeit vor der Täuschenden Soldaten. Komm. Okay, die haben das eingefärbt. Nein, 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 nein. Ah, verdammt, verdammt. Nein. Jetzt können die nach vorne kommen. Ah, der steht da mit seinem Hydrant gut. Achso, ich hab den einen aber erledigt. Sehr geil. Komm, super Sprung hier. Nicht zu weit nach vorne, sonst holen wir uns direkt weg. Nein, die Hollboje. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sehr gut. Sehr geil, sehr geil. Der da oben, der nervt. Dezent. Gut, den hab ich. Den hab ich. Den hab ich. Nein. Oh mein Gott. Dünnerroller. Wir müssen da links lang. Der Dünnerroller, der hält das da. Ich glaub, der kommt noch gar nicht weiter nach vorne. Der macht einfach nur ein bisschen, ähm, die Defense. Kann das sein? Ich glaub, der macht nur die Defense. Was? Was war das denn? Wieso hat meine Kamera jetzt so rumgespackert? Was? Das geht da drüben? Das kann halt nicht wahr sein. Komm schon. Gut, wir führen noch. Ich will halt, ich geb jetzt hier alles. Ich konzentrier mich jetzt nicht. Das kann ich sowieso nicht. Aber komm. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch gelogen. Da kommt die Tinte. Von vorne geflogen. Okay, mal hier einen Supersprung nach dem anderen. Irgendwie komm ich nicht weiter hier auf dem grünen Zweig. Komm schon jetzt hier. Werf doch mal da oben eine Haftbombe hin. Da oben hin. Ja, sehr geil. Sehr geil. Sehr geil. Nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, ich hab aber den Ick erledigt. Nein, 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 nein. Gut. Ich halte hier eben die Stellung. Und spammen wir eben die paar Bomben. Der da oben muss weg. Ich hab keine Reichweite. So, jetzt. Nein, 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 Oh, hau doch ab, Mann. Du noch, alter Typ. Oh, Ick. Erledigt den. Hau mal ein paar Haftbomben dahin oder so. Jawohl. Der eine hat den. Der eine hat den. Unsere Chance. Unsere Chance. Nein, verdammt. Nein, ich bin down. Ich bin down. Hab ich noch die Spülmome? Ne, die hab ich leider nicht losgeschickt. Schade. Jetzt können die weit nach vorne preschen. Das ist jetzt deren Chance. Ja, ich muss aber, ich muss, ich muss was anderes machen. Ich geh hier oben links lang. Rechts, ja. Wo ist links? Da wo der Daumen oben rechts ist. Ja, den hab ich aber gut. Schön, cool, ja. Das war's mir jetzt wert, da das Leben zu verlieren. Die führen die Gegner. Die führen, die führen, die führen. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Die machen da super Sprünge gerade. Habt ihr die gesehen da oben? Die Irgendlinge? Okay, komm, 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 komm. Okay, komm, hier. So, jetzt. Inferno. Ja. Gut, den haben wir auch. Nein, 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 nein. Was ist das denn hier? So, in der Mitte, in der Mitte. Jetzt geh vor, geh vor, geh vor, geh vor. Ich hab ein Tenferno. Gut, gut, gut. Komm, 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 komm. Nein, verdammt. Da oben rechts, oben rechts. Hol den Roller. Da. Hast du den getroffen? Komm, geh einfach nach vorne, Meister. Geh nach vorne. Komm, 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 komm. Attacke. Wie führend. Sehr geil. Nein, verdammt. Schade. Ja, nein. Ah, Verlängerung. Nein. Nein. Kann jetzt nicht wahr sein. Nimmt das Schüsselding da weg. Nimmt es weg, nimmt es weg. Nimmt es den ab, Meister. Komm. Komm. Nein. Nein. Wenn ihr jetzt nach vorne kommt, dann flippe ich aus. Dann flippe ich aus. Das ist schon wieder der längste Rangkampf in meiner Geschichte, glaube ich. Nein, 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 nein. Gut, Roller weg. Nein. Ja. 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 Wir sind auch Minus, meine Freunde. Wir sind... Ah, Minus. Woo. Geil, Mann. Geil. Yes. We can. Zu Feier des Tages. 14 zu 12. Alter. Da haben wir aber... Da haben wir aber oft gestorben, du. Oder? 10 Punkte gibt es das. Ach, wir sind gar nicht Aminos. Ich Idiot. Ich bin ja gar nicht Aminos. Ich bin jetzt erst B+. Ah, ich trottel. Ja, it's a me. So Linkario. Oh, das gibt es ja gar nicht. Ich bin ja erst B+. Ich trottel. Ach, schade. Na gut. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn der nächste Kampf beginnt, meine Freunde. Bis gleich. Der Kampf beginnt hier bei B+. Wollen wir doch mal gucken, ob wir hier wieder Erfolg kriegen. Ob uns der Erfolg überhaupt gegönnt ist. Verdient habe ich es nicht. Aber... Drei Japaner, mein Team. Gegen... Vier Japaner und Leerzeichen. Sehr gut. Kreativer Name. Wie heißt du? Leerzeichen. Oh. Mann ohne Namen. Anonymous. Mäh. Komm hier. Schön nach vorne. Aber wir sehen auch immer nur gerade die gleiche Map. Das finde ich gerade irgendwie auch wieder schon wieder so richtig bescheiden. Das ist schon wieder richtig... Nervig. Gut. Weg. Weg. Und jetzt komm nach vorne. Komm nach vorne. Komm nach vorne. So. Entfernen wir nach vorne hin. Nein. Der kommt von da. Wo? Was macht der denn? Wieso geht der nicht hier lang? Was ist denn mit dem los, Mann? Ist der denn irre? Ja. Das schaffen wir nicht. Das heißt, es ist eine never ending story. Der eine kommt hier nicht zu uns. Sehr geil. Gut gemacht. Wow. Nein. 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 Was mache ich denn? Ich habe auch so ein R gedrückt. Oh. Ich bin so ein Idiot. Und ich habe es natürlich, glaube ich, irgendwo ins Nirvana geschleudert. Geschleudert. Ah. Ja gut. Der eine, den habe ich gerade nicht verstanden. Der hätte die Goldflashkanone, die hätten wir fast schon ans Ziel bringen können. Aber nein. Wieso geht der eine zurück? Ist der doof? Ist der doof? Also, sorry. Aber ist der blöd? Sehr geil. Haben wir die? Jetzt ist das natürlich eine doofe Position, um da ranzukommen. Sehr geil. Den haben wir. Schön. Nexer. Und jetzt hier hoch, hier hoch, hier hoch. Nein. Wer hat mich da gesehen? Ach du da oben mit deinem Lunablaster Neo. Ja. Komm. Schade Marmelade. Schade. 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 So gebe ich heute kein Brot mit Wasser. So. Weiter ein Tags. Komm jetzt hier. Kein Supersprung mache ich jetzt mit Absicht nicht. Weil. Gut. Ich hätte es machen können. Egal. Ich fähre mal hier eben ein, dass wir das Inferno vorbereiten können. Und jetzt schön dahin, wo er steht. Komm. Haut ihn da um. Nein. Oh. Geht doch da weg. Jawohl. Den haben wir. Ne. Der hat sich davor gestellt, ne? Ah. Clever. Ja. Wisst ihr auch, warum die führen? Weil der eine gerade so blöd war und nicht weiter vorgegangen ist. Der hätte da locker lang gehen können. Der hat sich für die falsche Route entschieden. Gut. Kann passieren. Gib ich zu. Nein. Hä? Ich dachte, hier wäre einer gewesen. Wo ist der denn hin? Und der eine geht jetzt nicht vor. Der geht zurück mit der Goldfisch. Ja. Schön. Und jetzt weiter. Vor. 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 Komm, Meister. Geh vor. Ach. Die war. Noch. Die passt. Nein. Ey. Das kann nicht wahr sein. Da habe ich mich veraimt. Ja. Da in der Mitte. Da ist die Keilerei. Das ist gefährlich hier. Das ist definitiv gefährlich. Zu mir. Ja. Ich komme. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Nein. Ausrufezeit. Ach. Ich meine. Leerzeichen erledigt. Meine Güte. Was. Ein Match schon wieder. Ich meine. Gut. Wir liegen ganz. Hä? Ich sage gerade aus. zu zetten. Wie die. Na ja. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt. Komm. 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 Jetzt gib mir mal. wegholen müssen. Ehrlich. Wir haben nur noch eine Minute. Noch eine Minute. Das ist auf dem Schirm. Wir gehen nach vorne. Geh nach vorne. Nein. Wo war der rechts? Ja. Verdammt. Ich war halt so auf den Goldflash-Kanone fixiert. Dass ich den Ding. Dass ich das Ding nach Hause bringen kann. Beziehungsweise ins Gegnerische zu Hause. Kein Supersprung. Das lohnt nicht. Dass wir gerade Schwachsinn. Nein. Verloren. Nein. 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 Wir führen. Das muss jetzt so. Das muss noch 30 Sekunden halten. Dann nehmen wir das Ding weg. Nein. Oh nein. Das gibt es doch nicht. Komm. Erledige den. Nein. Jetzt Tinten-Titan. Das ist jetzt. Das tödlich jetzt. Das ist tödlich. Gut. Inferno vielleicht aufladen. Schaffe ich das? Ich gehe mal hier rechts lang. Schön hier rechts lang. Komm, komm, komm. Noch 7 Sekunden. Jetzt. So. Hier hin. Hier hin. Wo ist er? Wo ist er? Da, 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 da. Wo ist die Goldflash-Kanone? Ja. Ja. Das war doch gut, oder? War das gut? Ich fand das richtig geil. Geile Runde auf jeden Fall. Geile Runde. Gut. Und dann würde ich sagen, wenden wir das Ganze hier. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Jetzt gerade ist es ziemlich schön. Also, finde ich, für meine Begriffe. 2945 Punkte in der Karte. Von 14 zu 9. Kann sich sehen lassen. Der da unten 6 zu 13. Kann sich nicht sehen lassen. Aber der da unten auch bei den Gegnern. 4 zu 10. Plus 12 Punkte. 42 Punkte von B+. Und neue Stufe. Yes. We can. Gut. Das hat sich doch gelohnt, diese Runde. Keine einzige Niederlage. Ein Traum. Nein. Kampf wollen wir nicht fortsetzen. Gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Mein Name ist den Kario. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde sagen, denkt an den blauen Daumen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Klick. Macht's gut. Ciao. Ciao.